Im Bereich Sustainability haben wir eine Kernherausforderung, dass wir als Digitalunternehmen, ICT-Unternehmen, eine ganze Menge an Potenzialen haben, unseren Kunden zu helfen, den CO2-Footprint zu reduzieren und auf der anderen Seite wir natürlich selbst das Unternehmen auch immer besser werden müssen, unserem eigenen Versprechen Richtung Nachhaltigkeit und nach Klimaneutralität nachzukommen und das ist ein ganz schöner Ritt, den wir da vorhause haben, gemeinsam mit unseren Kunden. Wir haben eine ganze Menge an Produkten, an Lösungen, an Strategieangeboten, an Beratungsangeboten für unsere Kunden und das war eine spannende Diskussion. Wir haben gesehen, das Thema ist ein Evolving-Thema, ein aufkommendes Thema in der Digitalbranche die letzten zwei Tage und es war auch spannend, viele Leute mal wieder live und in Farbe zu sehen, mit denen wir uns über alle möglichen Formate vernetzt haben in den letzten zwölf, 15 Monaten und jetzt sieht man sich mal und kann sich austauschen und gemeinsam an Themen arbeiten. Das war eine wirklich super Sache. Das war eine wirklich super Sache. Das war eine wirklich super Sache. Und jetzt sieht man einen Moment aus, was wir uns über explanation bei uns über diese Gruppe bekommen. Das war eine wirklich super Sache.